Hi, willkommen zurück. Kapitel 22, bereust du? Hermine spielte, wie ihr Körper auszukühlen begann. Schweiß bedeckte ihren Körper und sie ließ unangenehm am Tisch kleben. Sie lauschte in die Stille. Snape schwere Atem war zu hören. Sie traute sich aber nicht, die Augen zu öffnen. Und ab und an durchfiel ein orgastisches Zucken ihre Mitte und schüttet ihren Körper. Erinnert sie an die Brunnen, die sie eben genossen hatte. Sollte sie ihm sagen, dass es ihr gefallen hatte? Nein, entschied Hermine. Snape schloss seine Hose und vermierte es, Hermine anzusehen. Aus dem Augenwinkel nahm er wahr, wie sie sich aufrichtete. Er reagierte nicht drauf. Doch dazu musste er sich zwingen. Am liebsten hätte er ihr den lieblichen Hals umgedreht, aus dem vor wenigen Minuten noch solche erregenden Laute geklungen hatten. Er hatte eingesehen, dass es ihm nicht unangenehm war, sie zu vögeln. Im Gegenteil, es hatte ihm gefallen. Aber das war es auch schon wieder. Er würde kein Wort darüber verlieren und auch keinen weiteren Gedanken daran verschwenden. Hermine schälte sich von dem Tisch. Auf fackelnden Beinen und mit einem wunden Gefühlt zwischen den Beinen tommelte sie langsam zu ihren Sachen. Der Rock rutschte vor und allein über ihre Beine. Sie angelte sich nach der Bluse und zog sie sich über. Sorgsam achtete Hermine darauf, Snape nicht anzusehen und die Knöpfe der Ohren nicht zu schließen. Dann öffnete sie die Tür und stifte in die Kälte des Ganges. Hermine ließ sich ein Bad ein. Mit ein paar duftenden Essenzen lockte sie die herrlichsten Düfte aus dem Wasser. Mit einem wohligen Säufzen ließ sie sich in das Wasser sinken, das ihr Körper sorglich willkommen hieß. Boreist du? fragte der Spiegel über ihrem Waschbecken. Hermine, die eben die Augen geschlossen hatte und angefangen hatte, sich zu erspannen, erschrak. Natürlich war es der Spiegel, denn ihr Unterbewusstsein begann sich schon jetzt über das Erlebte auszutauschen. Ich wüsste nicht, was sich das angeht, schnauzte Hermine in die Stille des Bades und presste die Lippen fest aufeinander. Sie war entschlossen, nicht darüber zu sprechen, zumindest nicht mit ihrem Spiegel. Das war affig. Gib's doch einfach zu, säuserte ihr Spiegelbild. Hermine säufzte gequält. Die Ruhe war wohl dann. An Entspannung war nicht mehr zu denken, wie es ihr schien. Dass er so abgeht, wenn man ihn provoziert, das hättest du doch schon eher machen sollen. Dann hätte er dich schon vor Monaten so genommen. Kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Maulte Hermine, doch ihr Gesicht war schon hochrot angelaufen. Und das lag nicht an dem wohlig warmen Wasser. Und wer hätte gedacht, dass Roselvis Snape, Gespenst und Scheußer von Hogwarts, derart gut ausgerüstet ist. Vor der Spiegel, ungestört fort. Hermine säufzte dann erneut und ließ sich unter Wasser gleiten. Doch selbst dort war sie vor den Worten des Spiegelbildes nicht sicher. Wahrhaft ein richtiger Mann. In allen Dimensionen. Doch auf der sozialen Ebene ein totaler Einfall. Aber das sollte sich doch einringen, wenn du ihm noch ein paar Mal so Parole bietest. Hm, irgendwann wird er sich sicher auftauen. Vorausgesetzt, du bereust nicht, was du getan hast. Tust du's? Hermine kam aus dem Wasser nach oben und mischte sich die Haare nach hinten. Halt die Klappe! Tust du's? Tust du's? Bereust du's? Komm schon, bereust du's? Hermine stieg aus dem Bad und schlag sich ein großes Handtuch um den Körper. Ihre ersten Schritte trugen sie zum Schlafzimmer und sie schlüpfte in ihrem Nachthemd. Als sie dann auf dem Bett saß und immer noch das Gefühl von ihm hatte, wie er sich in ihr bewegte, musste sie grinsen. Bereust du's? Erklang die Stimme des Spiegels und sie ließ sich ergeben mit einem wütenden Laut nach hinten fallen. Dieser Zauber war ab und an wirklich nervig. Er brachte hier gerade nichts als Ärger. Da gab es nur einen Weg. Nein, ich bereu's nicht. Snape ging es nicht anders. Nicht viel jedenfalls. Bis auf die kleine Tatsache, dass er vor Wut kochte. Wut auf Hermine, die es geschafft hat, ihn der zu reizen, dass er die Kontrolle verloren hatte. Wut auf sich selbst, dass es zugelassen hatte. Und Wut auf die Zeit, die so schnell vergangen war. Ein Klöpfen riss Servus aus den Gedanken. Er sah von seinem Feuer Whisky auf. Albus trat ein, ohne die Aufforderung abzuwarten. Sein Blick fiel auf das leere Glas, dann auf die leere Flasche, in der er einmal die begehrte Whisky gewesen war. Wie sehr betreibst du Schadensbegrenzung? meinte Albus und ließ sich gegenüber von dem Schwarzaarigen in einem Sessel fallen. Dieser schenkte ihm natürlich keinerlei Beachtung. Nun, Servus, bist du vorangekommen, was den Fluch betrifft? Sehe ich etwa so aus, schnauzt du Servus. Er hatte wirklich schlechte Laune. Da musst du nicht erst Albus einsehen. Naja, ich hatte gehofft, dass das mit Miss Granger langsam mal Fortschritte machen würde. Aber wenn du Fortschritte in Sinne von, ich nehme sie auf die Tischplatte meins, dann darf ich dir gratulieren, Albus, knurrte Servus Albus entgegen. Dieser riss kurz die Augen auf, musste sich aber dann die Mühe geben, sich nichts anmerken zu lassen, dass ihn dieser unfreiwillige Fortschritt freute. Servus, ich hätte ja nie gedacht. Siehst du, ich auch nicht. Und da haben wir den Salat. Verdammt, Albus, sie ist meine Schülerin. Aber davon spreche ich doch gar nicht. Ach nein, ich aber. Du solltest dich mehr darum kümmern, dass die Regeln eingehalten werden, anstatt mir damit in den Ohren zu liegen, dass ich den Fluch brechen soll. Schnauzt du Servus, der nicht verstand, warum Albus so viel an seinem Wohl und dem von Miss Granger lag. Nun bleib aber mal sachlich, Servus. Ich freue mich für dich, denn du hast einen entscheidenden Schreck in die richtige Richtung gemacht. Welche richtige denn? Asgabon vielleicht? Ich merke schon, du scheinst es immer noch nicht in Betracht zu ziehen, dass vielleicht Miss Granger die Lösung deines Problems ist. Servus glaubte, sich verhört zu haben. Er starrte Albus mit offenem Mund nach, als er durch den Kamin verschwand. Ein Glas fand den hohen Bogen den Weg zur Wand und zerstellte dort mit lauten Bersten. Unzählige feine Glasstücke verteilten sich über den Boden. Snape starrte auf eben diesen Boden. Zeichen gewesen? Zeichen, dass sie vielleicht mehr empfand? Jedenfalls bereut er ja nichts. Dessen war er sich mehr als sicher. Ja, das war schon wieder das Kapitel. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Kapitel werden immer kürzer. Ja, wir sehen uns am, ich glaube, Mittwoch. Schönes Wochenende!